Mein Name ist Carsten Oberscheid von der Firma Doctronic aus Bonn. Wir sind einer der führenden Dienstleister für Fachverlage im Bereich des elektronischen Publizierens. Schwerpunkt Fachinformationen, Schwerpunkt große Umfänge, Schwerpunkt Recherche, was sich sehr schön elektronisch unterstützen lässt und auch schon seit vielen, vielen Jahren von den Fachverlagen genutzt wird. Und wir haben mit unserem Publishing-System Xaver eine der führenden Software-Anwendungen, Software-Frameworks zur Umsetzung elektronischer Publikationen im Web, auf CD-ROM, immer noch ein sehr wichtiges Medium und glücklicherweise auch in Form von Apps für das iPhone, für das iPad und auch für Android und freuen uns sehr über die Nachfrage der Verlage in diesem Bereich. Da ist großer Wagemut gegeben, da ist großes Interesse gegeben und wir verbringen gut die Hälfte der Zeit hier auf der Buchmesse damit, über die Konzeption, die Umsetzung von Apps für diese Plattformen zu sprechen. Und bei der Menge von Projekten, Projektanfragen, Projektskizzen, die uns damit in diesem Bereich derzeit vorliegen, sind wir sicherlich einer der Orte der Digitalisierung, gerade was diesen mobilen Bereich angeht, für die Fachverlage.